Schön, dass ihr da seid. Ich begrüße euch zu einem weiteren Talk hier auf der Free-Headed-Monkey-Stage. Und zwar haben wir heute Fridays for Future. Wie? Was? Warum? Und Lucia und Ben erzählen uns, warum sie welche Dinge tun und wieso. Vielen Dank, dass ihr da seid. Vielen Dank für die Anmoderation. Und genau, der Titel unter Talks ist eben Fridays for Future. Wie? Was? Warum? Und wir wollen euch heute ein bisschen einen Einblick geben, sozusagen, was wir über Fridays for Future machen. Und die Dringlichkeit genauso erklären, wie auch einen Aufruf machen. Genau. Mein Name ist Lucia Böck. Ich bin 19 und studiere Geschichte und Informatik. Genau. Ich spreche hier von Fridays for Future. Und bei Fridays for Future organisiere ich eben Demos, mache Forderungen, Kampagnen, Politikergespräche und alles eigentlich. Jetzt kommt Ben. Ja, genau. Ich bin Ben. Ich bin 21, studiere Informatik in Darmstadt und mache bei Fridays for Future vor allem so Website-Zeug und ein bisschen Social Media und Grafiken. Und wir sprechen hier eben als ein Teil von Fridays for Future, aber nicht als die Vertreter, weil wir sind in der diversen Bewegung, da gibt es jetzt nicht die Vertreter. Genau. Und wir gehen eben immer auf die Straße und schreien ja, wir sind hier, wir sind laut, weil ihr uns die Zukunft klaut. Und viele Menschen stempeln uns dann ab als Hysteres oder ja, wir behaupten einfach was, was nicht stimmt. Aber das ist falsch. Wir sprechen im Konsens der Wissenschaft. Und es ist einfach leider immer noch so, dass viele Leute nicht begriffen haben, wie die Situation eigentlich ist und wie schlimm die Situation ist. Und für mich persönlich waren sozusagen diese Zahlen mit ausschlaggebend, dass ich begriffen habe, okay, es geht hier einiges schief und wir müssen was ändern. Genau. Und zum einen kommt der IPCC-Report ja jährlich raus und der geht jetzt mittlerweile davon aus, dass wir eine Erwärmung bis 2100 haben werden von 3,5 bis 5,7 Grad. Aber was bedeutet das eigentlich? Und dann gibt es eben bei, also dann gibt es jetzt so ungefähre Zahlen, was zum Beispiel bei 4 Grad passieren wird. Und da ist jetzt eben die Liste. Also wir reden hier von 8- bis 20-fachen höheren Anzahl an Hitzetoten. Und das wird vor allem bei alten Menschen stattfinden. Und es wird auch in Deutschland stattfinden. Dann sind 1,2 Milliarden Jobs in Gefahr. Und wieso? Weil sehr viele Jobs eben in der Landwirtschaft hängen und indirekt oder direkt einfach von Klima oder von sozusagen dem Wetter eben auch abhängig sind. Dann muss man sich auch vorstellen, die komplette Arktis wird im Sommer eisfrei sein. Also wer einmal das Grönlandeis gesehen hat, das ist unvorstellbar. Dadurch haben wir natürlich dann auch mit einem hohen Meeresspiegelanstieg. Was bedeutet wird, Länder wie Bangladesch werden teilweise komplett überflutet sein und Länder wie Fidschi oder Kiribati wird es einfach nicht mehr geben. Also komplette Länder verschwinden. Dann gibt es Rechnungen, die sogar sagen, das Weltbruttoinlandsprodukt wird um 30% sinken. Und das wird vor allem den globalen Süden mal wieder treffen. Und deswegen ist es auch ganz wichtig, dass man immer wieder gesagt, wir gehen auch für Klimagerechtigkeit auf die Straße. Weil was der derzeitige Bestand ist, dass wir im globalen Norden, wir können die Folgen abfangen, aber die im globalen Süden, die können das nicht. Und es ist auch einfach Fakt, dass man sich vorstellen muss, dass Greenpeace zum Beispiel davon ausgeht, dass wir über 200 Millionen Klimaflüchtlinge bis 2040 haben werden. So, das waren jetzt mal so Zahlen. Und was die Wissenschaft sagt, was wir absolut verhindern müssen, ist, dass sozusagen unser Klima kippt. Was bedeutet, dass das Klima kippt? Man kann sich einfach die Erde wie einen Körper vorstellen. Und jeder Körper hat sozusagen Organe. Und wenn wir bestimmte Prozesse auslösen, dann lösen wir ein Organversagen der Erde aus. Und das haben wir jetzt mittlerweile schon im Gange. Aber wenn wir jetzt wirklich alles unternehmen, dann können wir es vielleicht verhindern, dass es wirklich komplett kippt. Zum Beispiel, wenn wir annehmen, dass der Permafrostboden in Sibirien auftaut, dann wird so viel CO2 in die Luft steigen, so viel Treibhausgase, dass es eine unumkehrbare Kettenreaktion gestartet wird, die wirklich für die Menschheit bedrohlich wird. So, und genau, und das war jetzt mal so, damit ihr die Dringlichkeit versteht und wieso wir auf die Straße gehen müssen und wieso sich endlich die Politik anstrengen muss und nicht nur irgendwelche leeren Versprechungen machen muss. Wir haben dann unsere Forderungen ja sozusagen gestartet und die waren ja in den Medien dann auch relativ präsent. Und zunächst einmal wollten wir eigentlich keine Forderungen machen, weil das ist nicht unser Job. Wir sind Jugendliche, es ist nicht unser Job, wissenschaftliche Daten darzulegen und was weiß ich. Aber wir haben einfach die Notwendigkeit gesehen, dass viele Menschen auch nicht verstehen, was notwendig ist und dass die Politiker einfach immer noch schaffen, irgendwelche Dinge zu behaupten, die einfach keine Wirkung haben in der Politik. So, und dann haben wir das in einer Deli-TK beschlossen. Also eine Deli-TK, das ist eine Delegierten-Telekonferenz, die findet jede Woche statt. Da ist immer ein Mensch aus einer UG sozusagen dabei. Dann haben wir gesagt, okay, wir brauchen Forderungen. Dann haben wir in vertrauensvollen WhatsApp-Gruppen, bei uns läuft alles über WhatsApp, sozusagen den Aufruf gestartet, jeder kann sich beteiligen. Und dann ging es auch schon an die Erarbeitung. Da haben sich aber sehr schnell ziemlich viele Probleme aufgetan. Also zum einen Ausrichtung. Inwiefern wollen wir das System kritisieren? Inwiefern wollen wir Kapitalismuskritik? Inwiefern wollen wir Wachstumskritik machen? Das waren einfach große Streitpunkte. Und inwiefern wollen wir detailliert sein? Dann auch die Abstimmung. Wie machen wir eine basisdemokratische Abstimmung, ohne dass es veröffentlicht wird, ohne dass es an die Presse kommt oder genau, und sich auch jeder beteiligen kann. So, und nachdem wir dann wirklich, es haben 100 Leute daran gearbeitet und man muss sich wirklich die Dimension von den, also wirklich vorstellen, wie viel, da stecken bestimmt über Tausende von, zig Tausende von Arbeitsstunden darin. Und manche Menschen geben dafür wirklich sozusagen, machen Urlaubssemester, nur damit sie zum Beispiel Forderungen erarbeiten können. So, und die Abstimmung, das war dann sowas, wo wir eigentlich ziemlich viel Lob bekommen haben und viele Leute fasziniert waren, wie wir das hinbekommen haben. Dass es basisdemokratisch war, aber nicht an die Öffentlichkeit gelangt ist, bevor wir es wollten. Also, wir haben erst einen Entwurf sozusagen gemacht, das ging dann an die Orga-Gruppen, der jeweiligen UGs, und dann hatten wir ein Feedback von den jeweiligen, ob die das gut finden oder was sie denken, was sie besser machen müssen, und das haben wir dann eingearbeitet, sehr ausführlich. Und dann ging es in die Abstimmung, in die Orgas wieder, und dann war ein Riesenerfolg, weil wir 92 Prozent Zustimmung hatten. Und es gab wirklich keine Berichte in der Presse. Also, die Presse hat noch nicht mal wirklich darüber Bescheid gewusst, dass wir überhaupt Forderungen machen. Und es gab ja lange Diskussionen darüber, wie wollen wir das Ganze präsentieren in der Öffentlichkeit. Es gibt ja sehr viele Dinge, sehr viele verschiedene Wege. Am Endeffekt haben wir dann uns für eine Pressekonferenz entschieden, und die war dann auch sinnbildlich sozusagen im Naturkundemuseum vor den ausgestorbenen Dinosauriern. Das war eigentlich ein ziemlich großer Erfolg, weil wir es geschafft haben, dass sozusagen jetzt auch eine Debatte gestartet wurde über zum Beispiel CO2-Steuer oder bestimmte Dinge. Genau, und jetzt ist wahrscheinlich vielen Leuten hier nicht so ganz bewusst, was die Forderungen von uns sind, so detailliert. Also unsere Forderungen sind eben, dass wir Netto Null 2035 erreichen, Kohleausstieg bis 2030, 100% erneuerbare Energieversorgung bis 2035. Und bis Ende 2019 muss es passieren, dass es Ende der Subventionen für fossile Energieträger gibt, dann ein Viertel der Kohlekraft abschalten. Und ein ganz wichtiger Punkt ist, der jetzt auch immer wieder diskutiert wird, ist eine CO2-Steuer auf alle Treibhausgasemissionen und ungefähr so 180 Euro pro Tonne. Und ein ganz wichtiger Punkt ist, dass es eine CO2-Steuer ist, weil zurzeit wird ja immer über CO2-Deckelungen, Emissionshandel auf EU-Ebene. Aber es ist Fakt, dass CO2-Steuer das Einzige ist, was man wirklich schnell genug umsetzen kann und laut der Wissenschaft sozusagen auch das Einzige ist, was noch dafür sorgen kann, dass Deutschland seine Klimaziele erreicht. Ja genau, und dann komme ich jetzt zur Geschichte. Es hat ja nicht einfach so angefangen. Und zwar war am 20. August, also vor so gut wie einem Jahr, hat Greta ihren ersten Klimastreik gemacht. Das hat sie dann jede Woche gemacht. Und bei der Klimakonferenz in Katowice wurde sie dann eingeladen. Dann ist das auch ein bisschen übergeschwappt. Dann gab es am 14. Dezember die ersten Streiks in Deutschland. Das war gleich an mehreren Orten, also in Kiel, Frankfurt, Berlin, Köln und noch ein paar Städten. Und das wurde dann eben immer größer. Dann hat die Vernetzung auch angefangen mittels WhatsApp, weil jeder von uns hat WhatsApp. Und dann war das das Naheliegendste, dass man einfach mit WhatsApp zusammenschreibt. Dann gab es immer mehr neue Gruppen. Die wurden immer größer. Das war auch gut. Und WhatsApp war eben auch gut, weil das die Partizipation sehr einfach gemacht hat, weil jeder kann einfach schnell mal auf einen Link klicken und ist direkt in der WhatsApp-Gruppe und kann mitsprechen und muss sich nicht irgendwas installieren oder sowas. Wir haben dann nur teils das Problem, dass WhatsApp-Gruppen Mitglieder beschränkt sind und wir dann einfach mehrere Gruppen mit dem gleichen Inhalt haben, wo eben unterschiedliche Menschen drin sind, aber die gleichen Informationen drin sind. Und dann sind auch die ersten Arbeitsgruppen entstanden auf Bundesebene, weil ja zum Beispiel die Pressearbeit muss deutschlandweit gemacht werden und das reicht jetzt nicht, wenn da irgendwie die in Berlin was machen oder die in Hamburg oder eine Website. Man braucht auch eine Website oder einen Social-Media-Account. Genau. Und dann gab es eben die ersten Arbeitsgruppen auf Bundesebene und es wurden dann immer mehr und mehr Streiks, bis dann am 25. Januar der erste zentrale Streik in Berlin war. Der war anlässlich der entscheidenden Tagung der Kohlekommission, wo eben der deutsche Kohleausstieg beschlossen werden sollte. Da gab es dann auch ein Treffen zwischen VertreterInnen von Fridays for Future und der Kohlekommission. Das Treffen war aber leider nicht sehr erfolgreich, weil unsere Forderungen noch nicht durchgesetzt worden sind. Aber bei der Demo in Berlin waren da schon im Januar über 10.000 TeilnehmerInnen und da gab es eben auch schon Busse und alles und so ist es dann immer größer geworden, dass dann Anfang März das erste Treffen war von der Organisation sozusagen, wo man sich getroffen hat in Berlin, weil es ist viel produktiver, wenn man sich trifft und mal zusammenarbeitet, als wenn man immer nur über WhatsApp schreibt, wie man was machen müsste oder mal zusammen telefoniert. Genau. Und dann war Mitte März der erste internationale Klimastreik. Da war in Deutschland eben das Hauptthema Verkehrswende, weil die Verkehrspolitik in Deutschland in den letzten Jahren einfach nur eine Katastrophe war und sehr viel CO2 verursacht hat und die CO2-Emissionen im Verkehr sogar raufgegangen sind anstatt der notwendigen Abnahme. Und in Deutschland gab es über 300.000 Streikende und weltweit war es über eine Million Streikende, die nur an diesem einen Tag auf der Straße waren und das waren eben größtenteils Schülerinnen und Schüler und nicht irgendwelche erwachsene Menschen. Dann war am 24. Mai der zweite internationale Klimastreik. Das war zwei Tage vor der Europawahl. Deshalb war in Europa der Schwerpunkt Klimawahlen, weil die Wahlen einfach sehr wichtig waren für die zukünftige Klimapolitik. Da gab es allein in Deutschland über 285 Streiks. Also man sieht, das ist dann auch nochmal sehr groß gewachsen und wir hatten über 320.000 streikende Menschen nur in Deutschland und weltweit waren es über 1,7 Millionen Menschen an diesem einen Tag. Genau, dann sieht man jetzt hier so die Streikkarte und das war ja auch die Frage, wie das alles funktioniert. Da war eben anfangs die Frage, wie man eine zentrale Karte machen kann mit allen Streiks, weil es bringt ja nichts, wenn jede Ortsgruppe irgendwie auf ihrer eigenen Instagram-Seite sagt, jo, wir streiken. Aber es weiß dann niemand anders sonst, der nicht dieser einen Seite folgt. Dann war eben die Lösung, dass man die Streiks mittels eines Formulars eintragen kann. Zu dem Formular hat jeder Zugang, also jede Ortsgruppe Zugang über ihre Delegierten, Personen. Und wenn irgendjemand noch keine Delegierten hat oder es sonstige Probleme gibt, kann man Streiks eben auch per Telegram, WhatsApp oder E-Mail schicken, dass wir eben möglichst eine vollständige Liste auf der Website haben. Und die Tabelle auf der Website wird inzwischen sogar automatisch erstellt. Also bei über 3000 Streiks wäre das auch viel zu viel Handarbeit auf Dauer. Dann haben wir auch immer die Streikzahlen, die wir ja regelmäßig veröffentlichen. Da war auch die Frage, wie kann man möglichst schnell die TeilnehmerInnen-Zahlen der Presse mitteilen. Und zwar eine gesammelte Zahl für ganz Deutschland. Da war dann die Idee, eine Streikzahlen-Taskforce einzurichten. Die arbeitet jeden Freitag und kümmert sich darum, dass die Streikzahlen eben in ein Formular eingetragen werden, wo wir dann auch die für jede Stadt einzeln sehen. Und weil das immer wieder ein paar Menschen vergessen, wenn sie noch auf der Demo so euphorisch sind, die Streikzahlen einzutragen. Deshalb gibt es da auch eine extra Gruppe von Aktivistinnen, die dann die Menschen anrufen, die die Zahlen vergessen haben, einzutragen. Dann gab es eben nach dem ganzen Wachstum den ersten internationalen Streik in Aachen am 21. Juni. Da kamen über 40.000 Menschen nach Aachen, um eben gegen die Klimapolitik zu demonstrieren. Es gab mehrere Sonderzüge aus der Schweiz und aus Deutschland und Busses. Wurde alles von Aktivistinnen organisiert. Genau. Und die Planungen waren vor allem über WhatsApp und Telefonkonferenzen, also keine größeren Tools oder sowas, sondern einfach WhatsApp, wo das meiste drüber läuft. Genau. Dann wurde jetzt vorhin schon angesprochen der IPCC-Bericht. Das ist auch so das, wofür wir demonstrieren, dass der anerkannt wird und die Politik auch nach den Handlungsempfehlungen handelt. Und da gab es eben den Sonderbericht, weil der Klimawandel schon so schlimm ist, dass sie den Sonderbericht rausbringen mussten. Da hatten wir Dienstagabend die Idee, dass man deshalb, wenn der Bericht rauskommt, noch spontan Demonstrationen machen könnte. Mittwochs früh wurde dann die Nachricht über WhatsApp an alle Delegierten geschickt und Mittwochabends hatten wir bereits über 20 angemeldete Demonstrationen für Donnerstag. Und da sieht man einfach, was wir für Potenzial dahinter haben, wenn ein paar engagierte Menschen den kompletten Tag arbeiten, aber dafür irgendwie in ganz Deutschland über 20 Demonstrationen sind direkt am nächsten Tag. Genau, und dann funktioniert das ja, weil wir eine sehr digitale Bewegung sind, nur mit IT-Infrastruktur. Da wurde jetzt eben schon öfter angesprochen. Wir verwenden vor allem WhatsApp-Gruppen, das ist das Einfachste, was wir irgendwie haben, weil jeder von uns hat WhatsApp. Aber wir haben die Arbeitsgruppen, die sind frei in der Wahl, was sie für einen Messenger oder für Plattformen verwenden. Da haben wir eben einige, die Slack, Cygnet, Threema, Discord oder Telegram verwenden. Also jeden Messenger, den es gibt, verwenden wir. Für produktive Arbeiten haben wir auch Telefonkonferenzen. Die Telefonkonferenzen haben wir immer über Zoom oder so am Laufen. Und während den Telefonkonferenzen, um zusammen zu arbeiten, haben wir eben auch ein Pad, wo man gemeinsam drauf schreiben kann. Und für Datei, Datenweitergaben haben wir vor allem Formulare, wo dann Menschen irgendwas eintragen können. Und wenn ihr es schon gesehen habt, wir haben ungefähr immer wieder die gleichen Bilder auf Instagram. Das liegt daran, dass ein sehr engagierter Aktivist aus Mainz ein extra Tool für uns entwickelt hat, wo man im Browser mit ein, zwei Klicks ein perfektes Bild machen kann mit den ganzen Infos drauf. Und es schafft damit wirklich jeder, einfach so ein Bild für Instagram zu machen. Und es ist phänomenal, was da irgendwie entstanden ist. Genau. Jetzt sind wir natürlich noch nicht perfekt und jeder kann uns helfen. Und da gibt es auch dieses schöne Zitat von Molière. Wir sind nicht nur verantwortlich für das, was wir tun, sondern auch für das, was wir nicht tun. Und es gibt eben noch sehr viele in Deutschland, die nichts tun und somit auch verantwortlich sind, wenn nichts passiert. Und genau da ist jetzt unser Appell an euch, dass wir euch brauchen. Jede und jeder kann irgendetwas tun, egal wie klein die Veränderung ist. Es bringt was. Am 20.09. ist unser nächster Streik, der globale Streik, der muss riesig groß werden. An den Tag, Tag das Klimakabinett, wo die Vorwürfe, wo die Entwürfe für deutsche Gesetze gegen den Klimawandel vorgestellt werden sollen. Und dann den Wochenende ist die UN-Klimakonferenz. Genau, da müssen einfach alle auf die Straße, die es nur gibt. Ihr könnt auch hier, weil es hier so IT-affine Menschen sind, sehr viele hier haben Server oder sowas. Man kann einfach ganz einfach auf Ökostrom umstellen und damit ist schon der riesige deutsche Kohleanteil irgendwie ausgeglichen. Man kann Suchmaschinen verwenden, die einfach Bäume pflanzen mit den Werbeeinnahmen, statt da irgendwie dubiose Firmen oder sowas mit zu finanzieren. Man kann, jeder von euch kommt irgendwo her, da kann man halt die Ortsgruppe unterstützen. Die brauchen überall Hilfe, wo sich engagierte Menschen finden, brauchen die das. Und hier sind auch IT-Menschen, wir brauchen sehr viele engagierte ITler. Wir wollen mehr Transparenz schaffen, aber es soll eben gleichzeitig sicher werden, da suchen wir noch nach einer perfekten Plattform, die wir noch nicht gefunden haben, aber wenn ihr da mithelfen wollt, meldet euch. Und es gibt inzwischen auch mehrere For-Future-Initiativen, da ist für hier wahrscheinlich passend Developers for Future oder Webworkers for Future, wo ihr euch auch engagieren könnt. Und wenn ihr sagt, ihr habt gar keine Zeit, aber ihr findet es trotzdem toll, was wir machen, dann haben wir auch ein Spendenkonto, weil wir haben jetzt zum Beispiel vor ein paar Tagen 100.000 Plakate wieder drucken lassen, das kostet Geld. Da haben wir hier das Spendenkonto, da könnt ihr was überweisen oder ihr geht auf die Webseite, da gibt es noch verschiedene andere Möglichkeiten, wie ihr uns Geld zukommen lassen und uns so in der Arbeit unterstützt. Genau, und das nächste wichtige Datum ist der 20.09., wie Ben eben schon vorher gesagt hat und da brauchen wir wirklich jeden und der Aufruf geht nicht nur an Schüler oder Studierende oder junge Leute, sondern es geht ja um die Zukunft von allen und deswegen rufen wir auch ganz klar auf alle fürs Klima und alle bitte kommen und es gibt wirklich, ich weiß nicht, wie viele Streiks es schon gibt, aber es gibt wirklich irgendwo in der Nähe gibt es immer einen Streik, man kann ja auch nur in der Mittagspause vorbeischauen, aber es zählt einfach jeder Mensch. Genau, und dann wollten wir uns noch bei allen bedanken, die uns bisher schon geholfen haben und auch hier für die Einladung und für, ja genau, Informatiker für Frieden, genau dieses Ganze hier uns ermöglichen, dass wir hier dabei sein können. Dann hätten wir jetzt noch ein bisschen Zeit für Fragen, wenn irgendjemand Fragen hat, wie er irgendwie uns unterstützen kann oder sonst irgendwas, was er schon immer mal fragen wollte, fragt. Ja, wir haben da eine Frage. Hallo, geht das? Ja, für diesen Freitag ist hier was in der Nähe, wo man sich beteiligen kann? Also Brandenburg ist ein bisschen schwieriger, also ich weiß nicht. Es gibt aber in Berlin eine Demo und wenn sich mehr engagierte Menschen finden, hier am Camp kann man garantiert auch noch eine Sponti schmeißen, das kommt einfach, wir haben da hinten eine Assembly, kommt da hin, wenn ihr engagiert seid und dann können wir darüber sprechen, hier noch auch was zu organisieren. Wir haben auch Sticker, wenn ihr welche wollt, am Assembly liegen. Genau. Super, vielen Dank euch beiden. Applaus, jawohl. Lucia und Ben, kommt her, holt euch Sticker, erzählt es weiter und vor allen Dingen Brandenburg, hallo, aufwachen, es ist Zeit. Vielen Dank. Applaus,